Wie funktioniert der Fernsehempfang via Satellit und welche Komponenten werden dazu benötigt? Zum Empfang von digitalem Satellitenfernsehen benötigen Sie eine Außeneinheit, das heißt eine Satellitenantenne, ein digitaltaugliches LMB, ein Koaxialkabel, einen digitalen Satellitenreceiver und einen Fernseher. TechniSat bietet Digitalfernseher mit integriertem DigitalSat-Receiver an. So kann alles über eine Fernbedienung gesteuert werden. Die Signale vom Satellitentreffen auf die Satellitenantenne und werden im Brennpunkt an der Stelle, an der das LMB befestigt ist, gebündelt und von der Empfangseinheit in niedrige Frequenzen umgesetzt und verlustarm via Koaxialkabel an den SAT-Empfänger weitergeleitet. Wie kann ich meine vorhandene analoge SAT-Anlage auf DigitalSat umrüsten? Nachdem Sie nun wissen, dass Sie noch analoge Satellitenfernsehen empfangen, sollten Sie die Komponenten auf Ihre Digitaltauglichkeit prüfen. Schauen Sie sich am besten als erstes Ihren Receiver an. Eindeutige Merkmale für einen DigitalSat-Receiver sind zum Beispiel aufgedruckte Logos. Ist an der Frontas-Logo DVB Digital Video Broadcasting sichtbar, ist es auf jeden Fall ein digitaler Receiver. Genauso verhält es sich, wenn auf der Frontas-Logo HDTV aufgedruckt ist. Schließlich können nur Digitalreceiver HDTV empfangen. Ist keines dieser Logos vorhanden, ist Ihr Receiver mit aller Wahrscheinlichkeit nicht digitaltauglich und muss somit ausgetauscht werden. Eine weitere Ursache für den Empfang von AnalogSat ist meist das sogenannte LMB, die Empfangseinheit. Analoges Satellitenfernsehen wird auf zwei Empfangsebenen übertragen. Im Zuge der Digitalisierung benötigte man zwei weitere Empfangsebenen, das sogenannte Highband horizontal und vertikal. Dadurch konnte der Frequenzbereich erweitert und im Verbund mit einer neuen Übertragungstechnik so die Kapazität erhöht werden. Dadurch werden mehr Sender in besserer Qualität übertragen. Um in den Genuss von digitalem Satellitenfernsehen zu kommen, muss diese Empfangseinheit ebenfalls ausgetauscht werden. Möchten Sie nur einen Teilnehmer, das heißt ein Empfangsgerät, anschließen, benötigen Sie ein Universal Single LMB, auch VHLMB genannt. Sollen zwei Digitalreceiver bzw. Fernseher eingespeist werden, empfiehlt sich ein Universal Twin LMB. Sie können auch problemlos vier Teilnehmer mit digitalem Satellitenfernsehen versorgen. Dafür benötigen Sie ein sogenanntes Universal Quadro Switch LMB. Es ist wichtig, dass die Satellitenantenne in einem guten Zustand ist. Weist diese Beulen und Rost auf oder ist die Beschichtung zerkratzt, sollte die SAT-Anlage getauscht werden. Schließlich sind Satellitenantennen über Jahre verschiedensten Witterungseinflüssen ausgesetzt. In der Regel ist die Neuausrichtung der SAT-Anlage nicht notwendig. Versorgen Sie jetzt erst Ihren Digitalreceiver mit Strom und verbinden diesen mit Ihrem Fernseher. Nun sind Sie der Umrüstung schon einen wesentlichen Schritt näher. Jetzt zeigen sich bereits die ersten Vorteile des digitalen Satellitenempfangs. Mit TechniSAT DigitalSAT Receivern wird die Erstinstallation zum Kinderspiel. Autoinstall der Installationsassistent führt Sie Schritt für Schritt durch die einfache Geräteinstallation. Sind Sie am Punkt Antennenkonfiguration angekommen, sehen Sie, ob ein Signal vorhanden ist. Haben Sie Ihren Satelliten gefunden, setzen Sie die Erstinstallation bitte fort. Wird kein Pegel angezeigt, dann brechen Sie die Installationsroutine bitte ab. Werkseitig sind alle Receiver von TechniSAT bereits vorinstalliert. Rufen Sie nun das Programm das erste auf. Alle TechniSAT Digital Receiver verfügen über eine Statusanzeige. Hier werden Ihnen Informationen über das ausgewählte Programm sowie ein Pegel angezeigt. Anhand dieser Anzeige lässt sich Ihre Satellitenanlage ausrichten. Justieren Sie nun Ihre Satellitenantenne in langsamen Schritten mithilfe der Statusanzeige. Schalten Sie anschließend einen Digitalsender der Öffentlich-Rechtlichen, wie zum Beispiel ZDF Neo, ein, um festzustellen, ob Sie bereits digitales Satellitenfernsehen empfangen. Somit haben Sie Ihre Umrüstung erfolgreich abgeschlossen. Haben Sie noch Fragen oder trauen Sie sich nicht an die Umrüstung heran? Als kompetenter Ansprechpartner stehen Ihnen die TechniSAT-Fachhändler gerne zur Seite. In ganz Deutschland gehören über 8000 Fachhändler zu unseren Partnern. Den richtigen Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Homepage. Möchten Sie schon mal nützliche Tipps vorab? Wählen Sie einfach das Video Experten-Tipps aus.